Bist du drauf? Jetzt bin ich jetzt auch direkt. Hallo Vivian. Vivian, ich habe gehört, du schaust regelmäßig meine Videos, folgst mir aufmerksam und hast Interesse an meiner Person und das freut mich natürlich sehr. Und was ich jetzt noch sagen soll, weiß ich gar nicht mehr. Und hat sich sogar gereimt, hast du gehört? Ja, liebe Grüße aus dem Berliner Schuhe. Kommt ihr auch aus Berlin? Natürlich, Köpenick. Na gut, da kommst du Köpenick. Dann kommst du auch nicht mehr. Gehen raus. Vivian, ich hoffe, du bist schon im Studio und trainierst auch nicht. Macht sie? Ja, denke ich schon. Wenn wir mal ein schön Kniebeuge und Kreuzchen machen, dann klappt es auch mit dem Knackpunkt. Ja. Okay.